Da viele gemeint haben, ich hätte kein Skill, werde ich nun jeden beweisen, dass ich einer der besten PvP-Spieler bin. Nicht. Und? FUUUUUCK! Ich bin fest davon überzeugt, dass uns ein Hacker getötet hat. Oh Gott, das klingt so schwul einfach. Oh. Oh mein Gott, ich bin grad voll im Stress. Lipnice, der RETTE MITCH! Ich lass es, ich werd den Kampf sowieso verlieren. Und da ist der wir schon... NEIN! NEEIN! Digger. GG! GG schreibst du mir. Der hat doch auch nicht mehr alle Tasten im Schrank, dieser dreckige Hurensohn. He, aber wenn das legit war! Mama! Wann ist Essen fertig? headed воздуhung! Alles klar? Alles klar? Was? Gott, wenn du das siehst, erhöre mich! Ich bin verzweifelt!